Dein böses Herz von Paul Budderath Gelesen von Nora Schulte Prolog Verlassen lag der Parkplatz in der eisigen Nacht. Der abnehmende Mond war hinter dichten Wolken verborgen und die wenigen Laternen warfen dünnes Licht auf die vereinzelt parkenden Autos. Dirk Letthoff war das nur recht. Die Dunkelheit gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Er konnte keine Zuschauer brauchen, auch wenn es unwahrscheinlich war, dass er hier draußen jemandem begegnete. Sie hatten den Ort für ihr Treffen nicht grundlos gewählt. Fröstelnd vergrub er die Hände in den Manteltaschen und bewegte die eingefrorenen Zehen in den Schuhen. Bereits seit Wochen herrschte eine grimmige Kälte. Selbst in der Finsternis konnte er sehen, wie sich bei jedem Ausatmen eine Dampfwolke vor seinem Gesicht bildete. Wann mochte Niki erscheinen? Er sah auf die Uhr. Zwei Uhr sechsundzwanzig. Fast eine halbe Stunde zu spät. Hoffentlich versetzte sie ihn nicht. Es war schwierig genug gewesen, Ramona die Lügengeschichte von der Betriebsfeier aufzutischen. Manchmal hatte er das Gefühl, dass sie langsam misstrauisch wurde, wenn er wieder einmal mit einer neuen Ausrede für sein merkwürdiges Verhalten ankam. Immerhin, bis jetzt hatte sie nie etwas gesagt. Er hauchte in die hohlen Handflächen, um sie zu wärmen. Hätte er gewusst, dass er so lange würde warten müssen, hätte er Handschuhe mitgenommen. War es nicht ohnehin völlig bescheuert, sich mitten in der Nacht mit einer Frau zu treffen, die er kaum kannte? Er dachte an ihre erste Verabredung zurück und lächelte. Nein, das war es nicht. Ungewöhnlich, ja. Aber er musste Niki unbedingt wiedersehen. Und wenn sie sich bloß heimlich treffen konnten, musste es eben so sein. Dirk sah sich um. War Niki schon da? Der Parkplatz war groß und sie hatte ihm keinen genauen Treffpunkt genannt. Vielleicht irrte sie ebenso durchs Dunkel wie er vorhin. Und obwohl sich seine Augen mittlerweile an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, konnte er nirgends eine Bewegung ausmachen. Er überlegte, ob er sich wieder in den Wagen setzen und die Sitzheizung anschalten sollte, als er glaubte, eine Stimme zu vernehmen. Dirk hielt den Atem an und lauschte. In der Ferne schien jemand zu singen. Marichen saß auf einem Stein. Die Melodie klang nach einem Kinderlied. Er runzelte die Stirn. Schon im nächsten Moment war wieder alles ruhig. Nur das Rauschen der benachbarten Autobahn war zu hören. Unsicher machte er einige Schritte. Der Asphalt war an manchen Stellen teuflisch glatt. Beim Aussteigen hatte er sich beinahe langgelegt. Dirk! Sprach plötzlich eine Stimme in seinem Rücken. Er fuhr zusammen. Schön, dass du kommen konntest. Dirk drehte sich um und erkannte in wenigen Metern Entfernung die Silhouette einer Person, die langsam auf ihn zutrat. Er kniff die Augen zusammen. Die Frau, die sich mit jedem weiteren Schritt aus der Dunkelheit schälte, war jedoch nicht Niki. Niki hatte lange, blonde Locken. Diese Frau trug die Haare zu einem Dutt gebunden und einen altmodischen langen Rock, den Niki im Leben nicht angezogen hätte. Wer sind sie? Fragte er verunsichert. Die fremde Frau lächelte. Ich glaube, wir kennen uns lange genug, um Du zu sagen. Das muss ein Missverständnis sein, ich kenne sie nicht, erwiderte er ärgerlich. Doch, Dirk, du kennst mich sehr gut. Woher kennen Sie meinen Namen? Er zwang sich nachzudenken. Konnte irgendjemand von ihrem Treffen erfahren haben? Nein, außer Niki und ihm wusste niemand, dass er hier war. Du enttäuscht mich, Dirk. Etwas in der Art, wie sie sprach, rief eine Ahnung in ihm wach. Eine schreckliche Ahnung. Dirk spürte, wie ihm das Grauen die Kehle zuschnürte. Ja, er erinnerte sich. Aber das war unmöglich. Lassen Sie mich in Ruhe, fuhr er sie an. Wir sind uns nie begegnet. Ach, wirklich nicht? Mit ruhigen, festen Schritten trat die Frau näher an ihn heran. Nun, dann muss ich deinem Gedächtnis wohl ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich bin mir ganz sicher, dass du dich erinnerst. Sie sind völlig durchgeknallt. Ich habe keine Lust, mich mit ihnen zu unterhalten. Für einen Augenblick tat sich eine Lücke in der Wolkendecke auf und ein Strahl fahlen Mondlichts fiel auf das Gesicht der Fremden. Dirk gefrohr das Blut in den Adern. Das, das ist unmöglich. Mit einem Mal machte die Frau eine blitzschnelle Bewegung mit der Hand. Ehe Dirk begriff, was geschah, zerriss ein eiskalter Schmerz seine Brust. Schockiert schaute er an sich hinunter und sah die Klinge des Messers, das aus seinem Fleisch ragte, im Mondschein aufblitzen. Was? Schon spürte er, wie ihm schwarz vor Augen wurde. Während er zu Boden sank, begann die Frau leise zu singen. Marichen saß auf einem Stein, einem Stein, einem Stein. Erstes Kapitel Sorry, tut mir leid, dass es schon wieder so spät geworden ist. Aber ich musste den Bericht unbedingt vor dem Wochenende fertig bekommen, sagte Kriminalhauptkommissarin Sandra Rehbein, nachdem sie die Wohnung betreten hatte. Sie stopfte den Schal in den Ärmel ihrer Lederjacke und hängte sie an die Garderobe. Mach dir unseretwegen keine Sorgen, antwortete ihre Mutter und bedachte sie mit einem mitleidigen Blick. Wir sind sowieso noch wach. Doch du solltest mehr auf dich aufpassen. Du arbeitest zu viel. Ich weiß, erzähl das lieber meinem Chef. Wenn's nach dem geht, leistet meine Abteilung viel zu wenig. Schläft Tim schon? Sandra traute sich kaum zu fragen. Ihre Mutter nickte. Er wollte unbedingt wach bleiben, bis du da bist. Vor einer halben Stunde ist er trotzdem eingeschlaffen. Sandra biss sich auf die Unterlippe. Mist. Alles halb so wild. Wenn er gleich aufwacht, freut er sich umso mehr. Es war rührend, wie ihre Mutter versuchte, ihr das Gefühl zu geben, alles wäre okay. Dennoch, das schlechte Gewissen, wenn sie ihren Sohn mal wieder viel zu spät von seinen Großeltern abholte, konnte sie dadurch nicht vertreiben. Sie ging ins Wohnzimmer, wo sich ihr Vater in seinem Fernsehsessel gerade ein Glas Bier einschenkte. Als er Sandra bemerkte, stand er auf. Da ist ja unsere Kommissarin. Er sah auf die Uhr. Halb neun? Wird auch immer später bei dir. Sie begrüßte ihn mit einer Umarmung. Ja, viel zu tun und zwei Kollegen krank. Es ist wie verhext. Brauchst du mir nicht zu erzählen? Ihr Vater lachte. Ich hab 40 Jahre Behörde hinter mir. Sie entdeckte Tim auf der Couch. Da ist ja mein Schatz. Auf Zehenspitzen trat sie näher und ging vor dem Sofa in die Hocke. Tim atmete tief und gleichmäßig. Wie er so zusammengekauert da lag, sah er beinahe aus wie ein Baby. Dabei wurde er nächsten Monat acht? Acht Jahre. Gott, wo war die Zeit geblieben? Sie strich zärtlich durch Tims stroblondes Haar. Er lächelte im Schlaf und rollte sich noch etwas kleiner zusammen. Können wir dir irgendwas anbieten? fragte ihre Mutter leise. Du hast sicher wieder den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken. Sandra winkte ab. Danke, danke. Ich nehme euch sowieso schon viel zu sehr in Anspruch. Außerdem hatte ich heute Mittag ein Sandwich. Ihre Mutter hob eine Braue. Na, großartig. Das kann nicht so weitergehen, Sandra. Auf Dauer hältst du das nicht durch. Ja, Mama. Wir fahren jetzt schnell nach Hause. Ich bringe Tim ins Bett und danach esse ich was. Versprochen. Jetzt ist ja Wochenende. Da haben wir endlich mal richtig Zeit zusammen. Das wird euch gut tun. Dann seht zu, dass ihr loskommt. Und wenn du irgendetwas brauchst, ruf einfach an. Mach ich, Mama. Sandra fragte sich, was alleinerziehende Mütter taten, die nicht auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen konnten. Sie wollte gerade die Hand ausstrecken, um Tim zu wecken, als das Handy in ihrer Hosentasche vibrierte. Sie zog die Hand zurück und holte das Telefon hervor. Die Einsatzzentrale. Das durfte nicht wahr sein. Rehbein? Meldete sie sich halb flüsternd, um Tim nicht aufzuschrecken. Ritkowski. Von der Leitstelle. Guten Abend. Die Kollegen des KDD haben etwas für Sie. Was heißt das? Etwas für mich. Männliche Person. Mutmaßlich gewaltsamer Tod. Sandra schloss die Augen. So eine Scheiße. Ein Mordfall in ihrer Bereitschaftswoche bedeutete, dass das Wochenende gelaufen war. Sie würde Tim erklären müssen, dass sie auch in den nächsten Tagen kaum Zeit für ihn haben würde. Der Gedanke war nicht.